Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge, wir mit Let's Playbar und wir scheuen mal die Natomik rein. Ja, irgendwie komm ich da nicht an. Musst. Geht nicht. Dann nehm ich einfach mal nur andere. Ja, dann spielt halt mal ne Runde nicht mit uns. Ja, schade. Aber egal. Wir sehen uns ja... Ich hab die Bombe! Ja, irgendwie. Äh, wir spielen dann einfach mal jetzt kurz getrennt und dann... Wir haben ja schon in der anderen Folge zusammengespielt. Ey, was hab ich denn bitte für ein Dreckspiel? Ne, kann ich mir nichts kaufen. Ja, dann ist er halt... WELCOME� stamps! WELCOME god... WELCOME GMAH. schön aber ich glaube wir haben sogar gewonnen aha ich bin aber nicht bei dir mit ja wir haben gewonnen ich konnte die bombe nicht setzen verstehe ich nicht ich konnte aber die bombe und wir nicht setzen verstehe ich nicht ich habe ich die bombe nicht aber die map ist auch nicht so gut finde ich ich hoffe die gleiche sogar wieder ich habe aber noch eine bombe geworfen ich weiß auch nicht warum ich mich sofort gekillt ja du hast die gleiche ein bisschen blau denn vielleicht bist du doch gemeint naja ich habe gerade über den geilen punkt gefunden für eine schott kam also eine scharf schützen nicht nur scharf schützen sondern eine richtige schütze noch einer von ihnen und drei von uns mal die map ein bisschen angucken hier kommen da weiter da das ist ein atomkraftwerk wow ein flughafen das ist ein richtiges cod maps das heißt was ich hier verwende das ist ein neuer spielmodi auf mp my high pixel krimine krimine 30 secondes habt ihr die bombe gelegt was die ganze zeit terror ist ja ja dann könnte man auch terror ist ihr habt gerade verloren oder nö dann sind wir nicht wir haben hier schon zwei sieger zwei oh ne scheiße erst mal schon einkaufen gehen jetzt noch eine Frau nach schweck glück uns schweck ganz glück arto glück 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 Ja, die Rauchgranate habe ich gebraucht und dann die M4. Oh, Scharfschutzengewehre! Einer von denen lebt noch. Ja, wir gewinnen! Die Bombe geht gleich hoch. 3, 2, 1! Ich bin gestorben an der Bombe, aber okay. Eine M4 ist gut und eine M4 ist schon stark. Frag! Okay, wir gehen raus. Da ist eine Smoke geworden. Wie können die denn überall die Bombe platzen? Weiß ich nicht. Ebenfalls nicht überall. Ich weiß. Ich bin ja bestimmt da oben. Oh, Shit! Die kam von da hinten raus. Den habe ich aber auch noch nicht gesehen, muss ich sagen, den Eingang hier. 2 zu 3. Der Überfall von denen kam jetzt gut. Die Bombe hat geblieben. Die Bombe hat geblieben. Und eine Granate. Ja. Smoke. Also ich wollte euch jetzt noch Fragen in die Folge mal nutzen. Was haltet ihr von Aquarium 3? Schreibt mal bitte in die Kommentare. Ich hätte die Bombe gefunden bei uns. Noch 31 Sekunden. Gut, so ein Nebelgranat ist gut. Bei einer Bombe. Ich hätte die Bombe aber eher reingeworfen. Da würde man die nicht finden. 3, 2, 1. Nein, die sind schon nicht hier. ich hab das wort kater ist wieder ich muss die bombe entschärfen ich bin der der die bombe entschärfen soll die to die ufp verwende ich jetzt usb die sind jetzt blau wenn ich rote gesehen sehe nicht mal zu lang die letzte runde die bombe und bin ich bin ja obwohl hier war die bombe eindeutig entweder finde ich keinen der geht mehr oder der wird sofort gekriegt ja 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 Ich bin ermordet worden. Wo war der, bitteschön? Das sind die Scharfschützen, das sind die Scharfschützen, die so stark sind. Wir haben gewonnen, yes! GG! Das sind die Scharfschützen, die einfach mal so OP sind. Die killen dich mit einem Schuss, weißt du? Ich stehe da am Tempel so ein bisschen, ne? Baller ihn rauf! Ich bin rauf, bist du jetzt auch raus? Nee, noch nicht. Wenn bei dir beendet ist, sagen wir, komm wir in die nächste Folge an. Also sag ich schon mal, tschau! Tschau!